Lieber Gott, in dieser Nacht Halt über meiner Seele wacht Sterb ich jedoch vor Morgenschein Lass meine Seele Bei dir sein Nein! Nein! Was ist gerade passiert? Mein Name ist Adam Hellerman, aber alle nennen mich Buck Ich wohne in Riverton, Massachusetts Eine Kleinstadt, die bekannt ist für's Fischentourismus Und den Riverton Ripper Der Ripper wurde heute vor genau 16 Jahren getötet Und in dieser Nacht wurden sieben von uns geboren Manche sagen, dass wir mehr als unseren Geburtstag mit ihm teilen Die haben J. Chen heute im Fluss gefunden Nein, er ist tot Bete für unsere Seelen, Buck Denn er kommt Hallo? Es gibt noch keinen Hinweis auf den Mörder Ist das für möglich, dass jemand von den Toten wieder aufersteht? Seelenleben weiter Und du denkst, der Ripper ist zurückgekommen, um sich zu rächen? Was ist, wenn seine Seele in einen der sieben Jugendlichen übergewandert ist? Buck? Bete für unsere Seelen, Buck Aber in wen? Weißt du, wer dein Vater war? Riskiere einen Blick in den Spiegel, Buck Hast du Menschen umgebracht, Buck? Nicht, dass ich wüsste Du willst dich mit jemandem anlegen? Wie wär's mit mir? Und du Loop und du willst dich mit jemandem anzählen? Probierst du dich mit jemandem an dementia? Ger Bar D